Was ist mit den Menschen da draußen? Sind die egal? Sehen Sie das alles nicht? Spielen Sie Lotto. Ihre Chance zu gewinnen liegt bei 1 zu 140 Millionen. Und trotzdem geben jede Woche 20 Millionen Deutsche ihr Geld dafür aus, weil sie hoffen, dieser eine zu sein. Keiner gibt sich mit Kleingeld zufrieden. Aber das kann natürlich nicht jeder gewinnen. Und damit müssen auch Sie sich abfinden. Sie stehen aber nicht über dem Gesetz. Wir sollten Ihre Scheißkonten plündern. Und es den zurückzahlen, den es eigentlich gehört. Ich erkenne dich überhaupt nicht wieder. Du bist der Einzige, der noch weiß, wer ich bin. Du bist der, der die Menschen feiern. Nein, das bin ich nicht. Mach die Augen auf, Mann. Du hast ja die Chance zu etwas viel Größerem. Was wollen Sie hier? Gerechtigkeit. Die Zeit der Könige muss endlich vorbei sein. Und das wenig in der Nähe. Vielen Dank.